Warum Zelda für mich Kult ist? Das hat viel mit diesem Spiel für das Super Nintendo zu tun. The Legend of Zelda A Link to the Past. Das hat mich durch meine Jugend begleitet. Es war super, hier die Rätsel zu lösen. Durch Hyrule zu laufen, das Königreich. Bei Links Haus ging es damals los in die Burg. Ich kann mich hier an alle Schauplätze noch erinnern, als wäre es gestern gewesen, an die Rätsel, die zum Teil wirklich knifflig waren. Aber ich habe sie alle gelöst, das Triforz zusammengesetzt und deshalb finde ich Zelda super. Ja, wahrscheinlich macht es auch heute noch Spaß. Ich habe es nicht mehr ausprobiert. Aber, weil Zelda 25 Jahre alt geworden ist, möchte Nintendo das auf der Gamescom zelebrieren. Mit euch! Mit einem Video! Genau! Ihr könnt genau so ein Video drehen, wie ich es jetzt gemacht habe und sagen, warum Zelda für euch Kult ist. Oder ihr macht Fotos, schießt Fotos von euch, verkleidet als Link oder Zelda. Ich empfehle den Jungs natürlich sich als Zelda zu verkleiden und den Mädchen als Link. Aber, das ist euch überlassen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Euer Schaden soll es nicht sein, denn es gibt auch ganz tolle Preise zu gewinnen. Ein Zelda für 3DS, das neueste, Ocarina of Time 3D. Mit passender 3DS Tasche, Poster und Link T-Shirt. Und zusätzlich noch, haha, Pappaufsteller von Link und Zelda. Ja, die gibt es nicht zu kaufen, nur hier zu gewinnen. Das ist der erste Preis. Für die Trostpreise haben wir auch gesorgt. Jungs, T-Shirts von der Besserwisser Eure Methusa. Und noch ein Poster für den 2. und 3. Platz. Bleibt mir noch zu sagen, viel Erfolg, haut rein! Und noch ein Poster für den Jungs!